Mh, lecker! Dosen-Eintopf! Oh, hallo! Ihr hört euch bestimmt noch einmal ein allererstes Video der Dosenöffner. Doch was tut man, wenn man gerade keinen Dosenöffner im Haus hat? Vielleicht können wir es gemeinsam rausfinden. Au! Scheiß Schrank, Alter! Man nimmt die Dose und startet, wie üblich, indem man mit einem handelsüblichen Schraubenzieher auf die obere Seite der Dose eindrischt. Hat man dann eine Öffnung geschaffen, kann man mit einer handelsüblichen Einkaufszange aus dem Kaufladen beginnen, in der Dose hineinzudringen. Und die Dose nach und nach mit einer... Boah, halt die schon noch so. Warte. Eine Drehbewegung, Stück für Stück, aufzudrehen. Der Trick ist, das Blech nicht in die Dose hineinzudringen. Und das Blech nicht in die Dose hineinfallen zu lassen. Und das Blech nicht in die Dose hineinfallen zu lassen. Hat man eins in der Öffnung geschaffen, kann man das Essen mit Freude und gutem Geschmack genießen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Hier diesen, gell? Wiedersehen.